Der Friede, die Gnade und die Barmherzigkeit Jesu Christi mit euch. Habt ihr auch mitgefiebert auf die Bundestagswahl hin? Die Wochen vorher waren vielleicht für den einen oder anderen schon unerträglich vor Spannung. Und am Wahltag hat man immer wieder reingeschaut, was sagen die Hochrechnungen. Der Wahlabend, der war ja dann ganz spannend. Fieberhaft hat man gesehen, welche Partei ist jetzt wohl in der Führung? Welche Partei hat wie viel Stimmen dazu gewonnen und wie viel verloren? Und welche Partei setzt in Führung und welche Partei wird den Bundeskanzler stellen und wer den Vizekanzler? Alles Fragen der Welt. Es gibt Christen, die sich darüber wirklich Gedanken gemacht haben und die da mitgefiebert haben. Ich möchte heute bezüglich der Bundestagswahl und deren Ausgang etwas aus der Bibel vorlesen, dass die Gemüter, die Gehirn und Herzen wieder etwas abkühlen wird bezüglich dem Mitfiebern mit der Welt. Wenn wir Christen sind, dann sollten wir die Bibel lesen, dann sollten wir das Wort Gottes ernst nehmen und danach leben. Ich möchte gerne anfangen mit der Bibel, hier im 1. Mose, Kapitel 37, Vers 1. Also Jakob hat im Land Kanaan gewohnt, wo sein Vater Isaac auch schon gewohnt hat. Eine weitere Bibelstelle, die das Ganze nochmal bekräftigt, wo Jakob über sich selbst spricht, ist im 1. Mose, Kapitel 47, Vers 9. Da steht Jakob vor dem Pharao und da sagt er zum Pharao, Also auch Jakob, der Sohn Isaacs, hat erkannt, dass er eine Fremdlingschaft lebt, dass er nicht Bürger des Staates oder des Landes Kanaan war. Wenn wir als Christen um uns herum rausschauen, wir Christen, die wir ja nicht Staatsbürger dieser Welt sind, sondern Bürger des Himmels, dann leben wir doch tatsächlich, wenn wir das wahrnehmen und im Heiligen Geist wandeln, wir leben in Kanaan bis hin zu den Städten Sodom und Gomorra. Aber ich möchte weitermachen gleich, gehen wir weiter zum Philippa, Brief an die Philippa 3, Philippa Kapitel 3, Vers 20 und 21 und da wird das Ganze sehr deutlich, das spricht zu uns als Christen und das sollten wir beherzigen, jetzt besonders, ja schon während der Wahl und auch jetzt nach der Wahl. Philippa Kapitel 3, Vers 20, 21 Soweit die Elberfelder Übersetzung Philippa 3, Vers 20, 21 Das ist das, auf was wir uns erinnern sollen. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Halleluja! Wir sind ein auserwähltes Volk, die wir Nachfolger Jesu Christus sind, die wir Buße getan haben, die wir neu angefangen haben, die wir im Wasser getauft sind auf Jesus Christus und mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Wir haben ein Bürgerrecht in den Himmeln. Und es ist gigantisch, der schreibt hier, der Paulus, dass der Herr Jesus Christus als Retter wieder erwartet werden soll, der kommt von den Himmeln. Ja, erwarten wir Jesus Christus wahrlich als Retter? Erwarten wir überhaupt, die wir uns verstrickt haben in den Niederungen der Erde, der Politik, der Wirtschaft und in den Niederungen des Kampfes in der Bundestagswahl? Erwarten wir wahrlich, dass Jesus Christus bald wiederkommt? Dass er stündlich wiederkommt? Ja, der kann jeden Tag wiederkommen. Wissen wir, wann er wiederkommt? Nein! Erwarten wir und leben wir so, dass wir erwarten, dass Jesus Christus täglich, stündlich wiederkommen wird. Kommt er als Retter oder kommt er als unser Richter? Und er wird unseren Leib umwandeln. So steht es geschrieben. Und er, dieser Jesus Christus, der, dem sich alle Dinge zu unterwerfen haben, das ist unser Herr und ihm gehören wir und unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Diejenigen, die sich mehr um den Leib und um das Wohl der Welt kümmern, die in Kanaan leben, die Sodom und Gomorra noch gar nicht wahrgenommen haben, obwohl sie mittendrin leben, das sind die, die zwei Verse vorher beschrieben werden. Hier Philippa, Kapitel 3, Verse 18 und 19. Da sagt Paulus, denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind. Ja, warum? Steht beschrieben, Vers 19. Deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das irdische Sinnen, die auf das irdische Sinnen, die es nicht verstanden haben, wenn sie sich auch Christen nennen, dass ihr Bürgerrecht in den Himmeln ist und die so leben, als würde Jesus gar nie wieder kommen. Doch wir, die wir wahrlich nach vor Jesu Christi sind, wir leben jeden Tag in der Furcht vor Gott. Es steht so geschrieben, dass wir unsere Errettung mit Furcht und mit Zittern ausarbeiten sollen. Ja, das steht geschrieben im gleichen Brief an die Philippa, Philippa Kapitel 2, Vers 12. Bewirkt euer Heil oder auch die Errettung, bewirkt eure Errettung mit Furcht und mit Zittern. Halleluja! Sind wir uns dessen bewusst? Sind wir uns dessen wahrlich bewusst, dass Jesus wiederkommen wird und dass er dann kommt als Richter? Ja? Halleluja! Was machen wir Christen? Wo verlieren wir hin? Wo ist unser Herz? Wo verlieren wir unser Herz hin? In der Bibel steht geschrieben, dass wir, die wir Gott nachfolgen, die Christen, dass wir Gott über alles lieben sollen, steht so geschrieben. Es steht auch geschrieben, dass wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten sollen. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 6 trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und dieses zuerst heißt nicht, dass wir sowieso Gott über alles stellen, sondern das zuerst heißt eigentlich zeitlich auch zuerst, am Morgen, wenn wir aufstehen, dass wir zuerst an Gott denken, ihm danken, dem Heiligen Geist danken, Jesus und dem Vater im Himmel und so den Tag wirklich beginnen und den Heiligen Geist auch fragen, was kann ich heute für dich tun? Was soll ich tun? Sag mir, was ich tun soll und uns nicht ständig um die Niederungen in Kanaan zu kümmern und sorglos in Sodom und Gomorra mitzuleben? Es gibt noch zwei sehr gute Bibelstellen, die uns verdeutlichen, wer wir eigentlich sein sollen und weswegen wir uns eigentlich hier, ja, warum wir uns eigentlich Gedanken machen, für was eigentlich? Das eine ist im Psalm 127, der Vers 1, den möchte ich auch gern vorlesen, Psalm 127, Vers 1 und das soll uns deutlich machen, das soll uns klar machen, in welchem Land wir leben. Wir leben hier wahrlich im Land Kanaan mit Sodom und Gomorra. Hier steht geschrieben, Psalm 127, 1, Wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergebens. Genau darum geht es. Genau darum geht es. Wir, wir Christen sind zuständig dafür, dass wir für das Land beten, dass wir für die Leitung in dem Land beten, für die Politiker, für die, die das Land führen und wir sollen wirklich dieses Land von diesem Land von Jesus erzählen, den Menschen, wir sollen rausgehen, das Evangelium predigen mit dem, dass uns der Heilige Geist in seiner Macht begleitet mit Zeichen und Wundern. Aber was sehen wir da draußen? Es wird alles im Fleisch getan. Wir leben in Kanaan und Kanaan macht jetzt Wahlen und Kanaan streitet sich darum, wer hier wohl weiter dieses Land führen darf, wohin auch immer. Wir sollten uns bewusst sein, dass dieses Land ohne Jesus Christus und auch alle anderen Länder nicht bestehen werden. Denn es steht geschrieben, wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran, welche Partei auch immer gewählt wird. Wenn dieses Land Deutschland nicht mit Jesus Christus geht, dann werden sie vergebens daran bauen. Und der letzte Vers, den ich euch sagen möchte, ist in Sprüchen 11, Kapitel 11. Und das ist es, was wir tun sollen. Kapitel 11, der Sprüche, Vers 11. Durch den Segen der Aufrichtigen steigt eine Stadt auf. Es kann auch ein Land sein. Durch den Mund der Gottlosen aber wird sie niedergerissen. Wir Christen müssen aufwachen. Wir müssen wahrlich aufwachen für dieses Land beten. Wir müssen beten, beten, beten. Wir müssen unsere Stellung zeigen, die wir als Christen haben, uns nicht mehr länger verstecken und nicht mehr meinen, dass die Politik, die gottlos ist, die Politik, die sich hinter C und was weiß ich was versteckt, christlich nennen sie sich, aber fördern alle möglichen satanischen Dinge. Wir als Christen sollen endlich kapieren. Wir müssen es verstehen, was unsere Aufgabe ist. Denn durch den Gerechten wird die Stadt leben. Durch den Gerechten wird ein Land leben. Und wenn der Herr die Stadt bewacht und das Land bewacht, dann ist es nicht umsonst. Aber wie kann nur eine Stadt erkennen oder ein Land, das der Herr regiert, indem das seine Kinder, das des Herrn Kinder, wir die Christen endlich aufstehen und Farbe bekennen, wenn wir endlich das Licht sind, das wir sein sollen. Also stellen wir alles hinten an. Lieben wir Gott, wie es in der Bibel steht, zuerst. Wir trachten nach dem Reich Gottes zuerst. Und wir müssen uns daran erinnern, wie wir gelesen haben, Philippa 3, wir sind Bürger des Himmels. Ich möchte uns heute ermutigen, wirklich eine Hochrechnung in unserem Leben zu machen und zu erkennen, wo wir wahrlich stehen. Wir sind die Kinder Gottes. Wir haben das Licht und das sollen wir nicht unter den Scheffel stellen, sondern wir sollen das Evangelium predigen. Wir sollen die Wahrheit verkünden. Wir sollen für das Land beten. Wir sollen es segnen. Dann machen wir uns keine Gedanken, was wohl diejenigen machen, die da mitmischen in Kanaan und in Sodom und Gomorra. Denn wir haben Gott. Und wenn in uns der Heilige Geist regiert, dann haben wir andere Dinge zu tun, als mit den Niederungen der Welt rumzukämpfen und uns in diesem Schlamm rumzusuhlen, wo die Wesen sich rumsuhlen, die Gott nicht kennen. Bringen wir voller Zuversicht und voller Mut, bringen wir im Heiligen Geist diesen gekreuzigten Jesus Christus zu den Menschen, die da draußen in der Dunkelheit rumtorkeln und versuchen, in allen möglichen Dingen ihre Lösung zu finden. Dabei gibt es nur einen Weg und das ist Jesus. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Halleluja! Satzmutig und unverzagt. Satz des Licht und des Salz der Erde. Servus aus Niederbayern.